Jeff, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Die Niederlage gegen Leverkusen ist jetzt drei Tage alt. Habt ihr das Spiel schon verarbeiten können? Ja, schon ein bisschen natürlich. Wir haben eine gute Analyse gemacht von unserem Spiel und dann geht es ab in die neue Woche natürlich. Neue Gegner, neue Chancen. Also das gehen wir wieder voraus. Du hast jetzt schon des Öfteren mit dem FCA gegen Leverkusen gespielt. Kennst wahrscheinlich auch die Statistik, hat jetzt auch im 18. Anlauf nicht mit einem Sieg geklappt. Was macht es für Flix nochmal so schwer gegen die? Das weiß ich nicht. Also ich bin nicht so viel von der Statistik. Ich muss sagen, Leverkusen ist sehr gut drauf momentan natürlich und spielen immer sehr guter Fußball. Deswegen ist es auch immer schwierig, um gegen Leverkusen zu spielen. Aber natürlich wollen wir auch endlich mal Punkte holen gegen Leverkusen. Es gab jetzt nicht nur Negatives beim Spiel, in Leverkusen. Speziell für dich persönlich ein ganz besonderer Meilenstein. Es war dein hundertstes Pflichtspiel für Rot-Grün-Weiß für den FCA. Wie viel bedeutet dir diese Zahl? Ja, schon etwas Spezielles natürlich. 100. Spiel für den FCA. Das war auch mein 300. Spiel insgesamt. Also es war schon etwas Spezielles und ich glaube vor allem nach der Karriere, wenn man dann alles zurück anschaust, dann ist das etwas Spezielles und das macht es toll natürlich. Dein erstes Pflichtspiel für den FCA ist ziemlich genau vier Jahre lang her. Kannst du dich noch daran erinnern? Gegen Bayern. Zuhause, glaube ich. Ja. Richtig, haben wir 1-3 verloren. Und dann im zweiten Spiel den ersten Sieg eingefahren? Das weiß ich nicht mehr genau. Das erste Spiel, das bleibt immer natürlich im Kopf hängen. Vor allem zu Hause gegen Bayern. Das ist natürlich speziell. Aber das andere Spiel weiß ich nicht. Es war ein 1-0-Auswärtssieg in Hannover. Okay. Es war damals auch eine ganz schwierige Phase. Viele behaupten ja, wenn wir zu der Zeit in der Europa League nicht gegen Liverpool rausgeflogen wären, hätten wir vielleicht die Liga nicht gehalten wegen der Doppelbelastung. Wie hast du diese Zeit damals miterlebt? Ja, schon ein bisschen schwierig natürlich, weil mein Sohn war damals ein paar Tage alt, war geboren, geboren in Holland. Und ich bin dann vom Verein gewechselt. War nicht so einfach in dieser Zeit. Aber wenn man zurück schaut, dann bin ich sehr glücklich, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Und wir freuen uns auch sehr gut hier. Du hast viele Durststrecken mitgemacht, aber auch viele schöne Sachen erlebt beim FCA. Auch Erfolge feiern können, zahlreiche Klassenerhaltsfeiern mitgemacht. Was war denn dein schönster Moment in den 100 Spielen? Schönster Moment? Das erste Spiel natürlich bleibt immer etwas Besonderes. Und so wie du sagst, jedes Jahr der Klassenerhalt feiern. Das ist natürlich für den FCA auch immer etwas Spezielles. Und wenn wir dieses Ziel jedes Jahr erreichen können, dann sind wir alle glücklich, denke ich. Lass uns auf das nächste Spiel schauen. Am Samstag kommt Gladbach in die WWK. Das wird wieder ein schweres Spiel. Was erwartest du dir? Ja, gute Gegner natürlich. Ich bin auch oben drin mit. Aber ich glaube, wir haben in den letzten Jahren gezeigt, dass wir zu Hause gegen Gladbach stark sind. Und dass wir auch etwas holen können. Und auch diese Saison sind wir zu Hause sehr stark, denke ich. Also das muss uns Vertrauen geben für dieses Spiel. Die Fohlen sind seit vier Spielen ungeschlagen. Ist das so eine ähnliche Mannschaft wie Leverkusen vielleicht, dass die auch über die individuelle Stärke viel kommen? Ja, sie spielen auch gut Fußball. Ich habe vorne natürlich auch ein paar gute, starke, schnelle Spiele erlaufen. Aber es muss uns Vertrauen geben, zusammen mit unseren Fans zu Hause, dass wir etwas holen können gegen Gladbach. Und ich glaube, wir haben auch noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen. Ich glaube, das Wichtigste ist am Samstag, dass wir unseren Fans Kampf und Leidenschaft präsentieren. Genau. Ich glaube, das ist, was unsere Fans auch sehen wollen von uns. Und es fängt immer an mit Kämpfen auf dem Platz, egal ob du gut oder schlecht spielst. Du musst immer 100 Prozent geben. Und ich glaube, wenn wir das machen, dann stehen die Fans auch immer hinter uns. Was ist dein Tipp fürs Spiel? Wir gewinnen 2-1. Das wäre ein schöner Samstag dann. Jeff, danke für die Zeit. Viel Erfolg am Samstag und für die restliche Rückrunde. Alles Gute. Danke.